Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sicherheit auch nach dem Kauf ist eine Dienstleistung, die Ihnen der Coop-Service bietet. Der Coop-Service übernimmt nämlich sämtliche Reparaturen an Ihren Satrap, Haushalt und Küchengeräten, falls das einmal nötig sein sollte. Dank dem Netz von Servicestellen in der ganzen Schweiz wird Ihr Gerät prompt und zuverlässig instandgestellt. Wenn Sie nicht in der Nähe einer Coop-Service-Stelle wohnen, nimmt selbstverständlich jeder Coop-Laden allfällige Reparaturaufträge entgegen. Für grössere Geräte wie Wäschmaschinen, Kühlschränke oder Tiefkühlgeräte ist der mobile Coop-Service zuständig. Erfahrene Fachleute kommen dann zu Ihnen nach Hause und reparieren das Gerät an Ort und Stelle. Wenig oder gar keine Probleme werden Sie mit einer Neuheit von Satrap haben, die jetzt bei Coop erhältlich ist. Die Nähmaschine Satrap Primo, überzeugt durch einfachste Bedienung, leichte Handhabung und natürlich nicht zuletzt durch ihren günstigen Preis. Die Satrap Nähmaschine ist also genau das Richtige für alle, die nicht häufig und keine komplizierte Sachen nähen, aber doch ab und zu eine Maschine könnten brauchen, sei es jetzt, um einen Knopf anzunehmen, einen Schub zu kürzen oder ein paar Hosen umnehmen. Da, schon fertig. Das ist dann die Szene. Mit dieser neuen Satrap Primo muss ich von jetzt an meine Hose nicht mehr mit dem Bostitch aufnehmen. Die Pasteten, die ich Ihnen heute zeigen darf, braucht Zeit und ein bisschen Geschicklichkeit. Der Erfolg, Sie werden sehen, wird aber den Aufwand lohnen. Kalbfleischwürfel und Milken im Saude ein paar Minuten ziehen. Ausnehmen, Milken schälen und ebenfalls in Würfel schneiden. Champignons rüsten und blätterig schneiden. Für die Soße habe ich ein Bechamel gemacht aus Milch und ein bisschen Saude. Ich habe sie mit Salz, Pfeffer, Muskennuss und einer Preise Safran gewürzt. Champignons, Fleisch und Milken dazu geben und alles zusammen ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Durch Blätterteig gemäss Anleitung in der Koop-Zeitung zu einer Pastetenformen und 20 Minuten backen. Dann kommt die Hälfte der Füllung in die Pasteten hinein und die andere Hälfte wird separat serviert. Dazu gibt es als Beilage grünen Salat. Viel Vergnügen. Soviel für heute aus dem Koop-Mittuchstudio. Wir danken fürs Zuschauen. Und zeigen Ihnen gerade anschliessend ein paar interessante Koop-Angebote. Die Neumaschine Satra Primo, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, kostet nur 295 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop drei Dosen San Marzano, geschälte Tomaten, statt 2,40 nur 1,60. Gaiet Frigor oder Toblerone Milch im Duplopack, statt 3,20 nur 2,50. 100 Gramm Aperzeller 1A Qualität für nur 1,50. Und noch morgen übermorgen und am Samstag ein Koop-Butterzopf, 400 Gramm, statt 2,90, 2,30. Trauben Uva Italia per Kilo nur 1,90. Auf Wiedersehen.